Ja, endlich, ihr seid wach, das wurde aber auch Zeit. Oh, wirklich? Wo sind wir hier? In Amur, der Stadt des Wassers. Mein Großvater hat euch besinnungslos im Wassertempel gefunden, vor drei Tagen. Wir waren drei Tage bewusstlos. Wir stehen tief in eurer Schuld, vielen Dank. Ja, aber nicht doch. Oh, noch kein Äther. Geht es euch wieder gut? Na, da bin ich ja beruhigt. Boah, vor die Kneipe. Es kommt mir vor, als wäre ich aus einem sehr langen Traum erwacht. Es scheint sich niemand an das Erdbeben zu erinnern. Oder daran, dass alle in Stein verwandelt waren und das Land unter Wasser lag. Goldor war hier und hat euer Schiff angekettet. Die Legende spricht von wir Kriegern der Dunkelheit, die das Licht der Kristalle in seine Schranken riesen, als es zu stark geworden war. Goldor glaubt anscheinend, dass ihr ebenfalls wir auserwählte Krieger seid. Und damit ihr nicht an seinen Kristall kommt, hat er euer Schiff angekettet. Toll. Goldor hat nur Gold im Kopf, heißt es. Sein ganzes Anwesen soll voll davon sein. Und damit keiner rankommt, hat er es sogar sorgsam weggesperrt. Goldors Anwesen befindet sich in den Bergen südlich von hier. Um es zu erreichen, muss man allerdings die berudenlosen Sümpfe überqueren. Nicht gerade ungefährlich. Goldor ist anscheinend immun gegen Magie. Zauberprallen einfach von ihm ab. Über die bodenlosen Sümpfe kommt man nur mit Libigrasschuhen. Ich glaube, die schrullige Delila besitzt ein Paar. Sie lebt unten in der Kanalisation. What? Hey, wir werden immer besser. Drei Tage Schlaf haben gut getan. Hey, wir hören ja gar nicht mehr auf. Hallo, die tanzen! Die ist gut. Yeah! Wie lange tanzen die? Boah, ich kann nichts machen. Los, gönnt euch die Tanz. Fabulous! Wie lange ich wohl für diese Quantität gehübt habe. Gute Frage. Und was macht die andere Seite? Bestimmt wieder voll verkacken. Oh ne, die ist auch gut. Hey, wir sind voll gut geworden. Letztes Mal war die eine Seite gut und die andere schlecht. Die haben bestimmt ewig lang geübt. Wie lange ist es? Die sind gut geworden. Wie komme ich denn hier eigentlich raus? Ich habe das Gefühl, ich bin hier eingesperrt. Ach, da unten. Der alte Mann, der Aria pflegte. Was sagt die, ach, das ist der alte Mann. Was sagt die, Aria ist... Die Wege des Schicksals sind unergründlich und manchmal viel zu bitter. Ich bitte euch, gebt dieser Welt ihr Licht zurück, tut es für Aria. Ihr seid auf der Suche nach einem Kristall? Wenn ich mich nicht irre, besitzt Goldor einen, sondern wesentlich südlich der bodenlosen Sümpfe. Hey Lava, na du? Guten Morgen. Tschau, da geht sie wieder. In unserer Kanalisation sind Monster aufgetaucht, deshalb hat man sie abgesperrt. Der Schlüssel verwahrt, glaube ich, der alte Gil. Bei uns erzählt man sich die Legende von vier Kriegern, die erscheinen werden, um das Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit wiederherzustellen. Was war das denn bitte? Ach nichts, nur für alte Herren, die sich für eben jene auserwählten Krieger halten. Ach, beachtet sie gar nicht weiter. Was? What? What? Oh, sie liegt hinter mir und putzt sich. Was kann ich für euch tun? Shoppen? Brauchen schwarz kaputt, so will keiner. Und Chakraband. Und den schwarzen Gürtel nehme ich. Na, Kleine. Und hepp. Er sitzt hier auf Randsstuhl. Ich glaube, sie ist auch dran. Wie putzig. Ja. Hey, na du. Oh. Oh. Furcht herzlichen Björk. So, ausrüsten. Naja. Eigentlich hat man ja ganz viel Zeug für die jetzt, ne? Oh, ich glaube das war's. Oh, ich glaube das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, waffen. Wow. Oh. Oh, kuck. Oh, wie komm ich da hin? Röplern Viele Waffen Keine für mich Wart ihr schon in der Schenkel? Da kommen immer ein paar brauchbare Gerüchte aufschnappen Entschuldigung Was wollt ihr von mir? Wir möchten in die Kanalisation Ob uns dort lebt, Rassschuhe zu holen In die Kanalisation? Seid ihr von Sinn? Dann wimmelt es nur so von Wonstern Der Zugang ist deshalb gesperrt Aber ohne die Schuhe kommen wir nicht zum vierten Kristall Wollt ihr damit andeuten? Dass ihr die vier Krieger aus der Legende seid? Alter Die vier legendären Krieger? Das sind ja wohl wir Die geben sich einfach als uns aus Unerhört Ihr Ziel ist die Kanalisation Dann kommen wir ihnen zuvor Aber hallo Alter Also gut, ich werde euch in die Kanalisation lassen Folgt mir Wer so nahe hingerannt ist Sie ist so rangerannt Der ist nämlich wach Buff, bitte, röstiges Schloss Klunk Die Kanalisation befindet sich unterhalb dieses Wasserweges In den ihr, wie ich betonen möchte Auf keinen Fall hättet hineinspringen können Ähm Es passt gut auf euch auch da unten Danke Bye Also ich dachte mir, wenn wir schon mal dahin sind, drüber laufen kann ich nicht Ah, ich kann durch die Brücken durchlatschen, cool Aua Nein, da kann noch nicht die Station Ach, da unten Nö, ich will es hier hin Okay Ach man Ach, die Bissernschuhe War zu kaputten Morgen Kann ich das einziehen? Nö Ja Ich glaube, wer wäre da? Oh, da muss ich auch schon wieder husten Ach man Ich muss mich nur erst umstellen Hallo Eww, spinnen Ich bin eine Turanze 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 Mein Hals kratzt Ja, ja, ja Katzenkrallen Miau Ich will sie ausrüsten Oh mein Gott Look, kannst du dir ausrüsten Oh mein Tschau, du doofen Krieger Hilfe Rettet uns Die vier Schlupfe von vorhin Schlupfe Sieht aus, als würden hier echte Helden gebraucht Oh, ich hätte den stärksten Zauber gar nicht gebraucht Ist ja öde Na ja, immer fett angeben vor den komischen vier Heinis Bye, bye Wenn echte Helden gebraucht werden, dann lasst uns mal welche suchen gehen Ja, äh Vielen Dank Kinder Vielleicht sind wir doch nicht ganz so legendär, wie wir dachten Aber so ist das halt Manchmal beißt man den Goblin Und manchmal wird man vom Goblin gebissen Hahaha Ja, das ist gut war Und so viel steht fest Die viel legendären Krieger Seid also wirklich hier Wie kann das sein Ich war mir so sicher, dass wir das sind Schönen Dank nochmal Ich glaube, unsere alten Knochen brauchen erstmal etwas Erholung Wir werden hier ein wenig verweilen Wir müssen wohl noch etwas trainieren Aber es ist nur ein ganz kleines bisschen Wer ist echt beschissen, wach zu werden und keine Luft bekommt Ja Ja Das glaub ich dir Ja Gottogel Getsch Oh Gottogel Stantry Ich steige Oh, ich ciao wieder geschlossen Ichah both Oh I Ja Ichah 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 Warte ist vergiftet. Jetzt ist er nicht mehr vergiftet. Was ist los? Äh, der Upload. Geht's wieder? Ich glaube, er hat sich wieder gefangen. Böse Upload. Böse Upload. Was ist denn das, wie der Upload? Der Hexe. Wer seid ihr? Und was wollt ihr von mir? Äh, wir sind hier, weil wir uns deine Libigrauss Schuhe leihen möchten. Ihr drei Käsehochs wollt die vier legendären Helden sein? Dass ich nicht lache. Aber egal. Hier habt ihr die Schuhe. Fangt sie und haltet sie ganz doll fest. Alter! Gehren die mir auf den Sack. Vorsicht, Entdeckung! Das war ein falscher Hase. Woher wusste ihr das? Digitäre Kriegerintuition natürlich. Ist doch klar! Nee, Spaß beiseite. Ich hatte die echten Schuhe schon mal gesehen. Hör mal, Delia. Diese jungen Spunde hier sind wirklich die Helden. Ist das so? Das tut mir aber schrecklich leid. Wärst du so nett, ihnen die Schuhe zu leihen? Wie könnte ich euch eine Bitte abschlagen? Also gut, hier sind die guten Stücke. Yeah! Pfff. Ich dachte schon, die klauen uns die Schuhe. Sehr schön. Damit kommen wir über die bodenlosen Simpfe. Levitas Schuhe angezogen. Vielen Dank. Ihr mögt vielleicht nicht die auserwählten Krieger des Lichts sein. Aber die Herzen wahrer Helden habt ihr keine Frage. Ach was, das war doch gar nicht. Jetzt aber nicht sie zurück an die frische Luft. Haltet euch gut an mir fest. Ich werde uns nach draußen teleportieren. Sie sind merkwürdig, aber im Inneren doch ganz gut. Hey, wo ist denn der vierte auch da oben? Dacht ihr die wirklich, ich hätte uns raus teleportiert? Nee, nee, das baulose Notausgang. Hä? Wir sind vielleicht nicht die vier auserwählten Helden, aber nichtsdestotrotz gewählt heldenhaft. Jawohl. Ich mag die Entschlossenheit in euren Augen. Euch könnte es vielleicht wirklich gelingen. Schieben. Ihr seid vielleicht stärker als wir, aber dafür haben wir ein Fanclub. Oh, ich geh noch mal ne Runde pennen. Was geht? 200 Geld, meine Fresse. So, da, ja. Ich will shoppen. War ja eigentlich, ne, ist okay. Lass das mal so. Ich würde viel lieber gern Äther. Uuuuuhhh. Wööööööhh. Wo sind hier viele Felsen? Fels, 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 Fels. aus wir waren da hinten und sind jetzt da läuft nein nein mein schiff ich werde ihn umbringen ich werde ihn einfach töten die leidlose letzte segel es wurde angekettet wird Ich glaube, ich kann doch einfach noch mal fragen. Irgendwer hat mir das gehört verraten. Hast du das? Südliche bodenlosen Simpfe. Ach so. Was sind die bodenlosen Simpfe? Gute Frage. Oh ja, ich geh mich mal umgucken, die. Oh, da ist ein Schloss. Trakrokodde. Eie. Gerade du hast da eigentlich Lara gelassen. Okay. Ich hab sie nicht gesehen. Faszinierend, sie war hier drin und wenn du nicht wartest, ist sie rausgerannt zu dir. Tja. Büschte. Ah, sind das die bodenlosen Simpfe? Faszinierend. Was die bodenlosen Simpfe sind, ne? Dann ist das Schloss da oben, aber nicht südlich. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Aber das kann sein. Oder runter zu fressen, wer weiß. Ich mach nochmal kurz stumm. Okay. 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 Okay.